hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von chroniken des wenzelndes beziehungsweise chroniken die chronik aus Nordwen beziehungsweise Minecraft Staffel 6 wie man es auch nennen Vermark es kam ja gestern das letzte Show deswegen kam am Montag auch keine Folge ich musste das ein bisschen bisschen bearbeiten naja Montag sage ich am Dienstag ja meine lieben Freunde feucht fröhlich beziehungsweise nur fröhlich naja feucht fröhlich aber trinken tue ich jetzt nicht ich kann mich mal kurz zeigen was ich zu Ende gemacht habe jetzt ich habe hier das zu Ende gemacht dieses Dach ganz kurz auf das Dach hoch geht die Leiter kommt dann auch immer weg so können wir eigentlich gleich mit abreißen Leiter weg zur Inspektion können wir die vielleicht dann lassen hier den Turm hoch zum Bleistift äh hier ja die Leiter hier bäm hier ist das sind ja noch Fackeln drin ja ja Fackeln da ein bisschen ausleuchten hier oben da und da ouch nein kein Wegpunkt Bäm hier ist soweit alles ausgeleuchtet das kann man hier leider nicht ausleuchten dann mache ich hier nur zwei Fackeln hin und hier hinten da so super hinten kommt man hier hinten raus logischerweise ja was macht man in dieser Folge ich habe vor mit euch ein bisschen auf Lava Suche zu gehen und die abzubauen die die Lava also nicht die Lava sondern das Obsidian weil wir brauchen unbedingt Obsidian da drüben ist das wunderbare Rathaus wunderschön und dann mal hier ein Föder machen Bäm ja das Lagerhaus das muss auch langsam mal fertig gebaut werden da werden wir uns auch bald dran setzen und mal kurz mal hier schauen hier haben wir das nicht hier sind Zäune das ist sehr gut ich brauche einen Eimer gehe ich einfach mal ganz kurz ins Lager ein Eimer ein Eimer die müssten ja hier gewesen sein hier ist ein Eimer Bäm den füllen wir mal mit Wasser Schwupp ja ihr kriegt was ne du kriegst was und steh mal auf komm mal her hier na ja komm her komm her komm hast der Mant hier raus oh die komm oh ich hab das Chat noch an das Chat oh Gott ok das war nur zu viel oder hab ich gleich gegessen seh mal setzen wir den mal wieder hin ach so ich hab gegessen super äh du 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 und würd grad sagen würde er herkommen wir machen uns jetzt auf den Weg sehr gut ich mach mal kurz das Chat aus äh ich kann mal ganz kurz schreiben ich auch grad aufnehmen so Optionen Chat Einstellung versteckt nur dass er Bescheid weiß so haben wir hier unten irgendwo einen Karren äh Eisen ist zwar hier haben wir irgendwo einen Karren ist hier kein Karren gibt's doch nicht wenn ich irgendwie Lohre gehabt 1 2 3 4 5 hmmmm hmmmm hmmm hmmm sehr mysteriös ich glaube ich keine Lohre aber ganz unten hab ich irgendwann mal progelen gehört irgendwo ist auch ein bodeln gehört lauschen doch mit der spannung auf oder spannung auf hier ist das poli ich sehe auf der minimap dass ihr irgendwo da da ist lava da ist lava er hat ist lauer ich brauche hier steilen und muss immer auch fackeln aufstellen so bern muss er das wasser mal wieder wegnehmen noch mehr ist alles dunkel wieder wegnehmen das leuchten erst mal ein bisschen aus ähm ähm etwas längere folge heute ne spezialfolge ich musste gleich mal gucken ich kugel es auf der rohe jetzt ist es so spät okay äh wenn es geht kann ich nicht mehr angucken so wir fangen hier an so stellen sie rein 1 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 5 6 7 7 8 5 5 5 5 5 6 5 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 6 11 10 11 12 11 12 12 11 12 12 15 15 15 was der fuß wird es nicht schaffen also fuß ohne was tun mit was auch nicht aber jetzt aber näher man muss schon nach vorne gedrückt halten sind zu wenig aktivierungsschienen auf der strecke und es ist nacht tiefste Nacht die ist nach dem ich habe kein Bett mit Eieieiei Oho Schnell 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 Rüchte am Mond Warum aufgehen weg der heisernen Kerler Eieieiei Gut Da war es das für diese Folge Ich verabschiede mich meine lieben Freunde Bis zur nächsten Folge Ciao